Was wir mit der Refugee's Kitchen gerne machen wollten, ist ein Projekt, das vor über zwei Jahren ist die Idee entstanden und was wir gerne damit erzählen wollten, war, weil es damals schon aufkam, diese ganze Situation mit Geflüchteten, Neuankömmlingen in Deutschland, wie geht man mit der Situation um? Und wir haben uns sofort darauf geeinigt, was die alle mitbringen aus ihrem Land, ist nicht nur ihre Geschichte natürlich, sondern auch ein super leckeres Essen. Da haben wir uns gedacht, wie kann man das miteinander verbinden? Und dann haben wir uns überlegt, machen wir das doch mit einem Foodtruck, überall wo was los ist. Und wir sind ganz ungezwungen, sich aufzuklappen, im wahrsten Sinne, wie es hier hinter mir gerade passiert. Wir sind mit den Leuten, den Geflüchteten, die ihre Gerichte kochen, in Kontakt treten können. Und dass man dann über diese Essensatmosphäre und ein bisschen Rahmenprogramm, man dadurch ein wenig eine Begegnung schafft. Hi! Das stimmt, das ist natürlich.